Der Markenkonstrukt-Podcast. Wir machen Marken. Digital. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Zum Thema digitale Transformation. Im Gespräch über digitale Markenführung. Von und mit Norman Glaser. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Norman von Markenkonstrukt.fm. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und möchte mich, bevor es losgeht, erstmal bei euch recht herzlich bedanken. Denn ihr habt mir E-Mails geschrieben, die Bewertungen auf iTunes freuen mich immer wieder. Ich lese jede einzelne und möchte mich an dieser Stelle einfach nochmal bedanken. Denn euer Feedback ist am Ende mein Applaus und deswegen motiviert mich das natürlich. Und ich finde, wir sagen in der heutigen Zeit viel zu wenig Danke. Deswegen an dieser Stelle Danke, Danke, Danke. Okay, ihr wisst, meine Mission, meine Passion ist, euch einen Mehrwert mitzugeben mit dem Podcast. Das heißt, auch heute würde ich mich freuen, wenn ihr das ein oder andere Thema für euch mitnehmen könnt. Oder einfach, wenn ich euch vielleicht auch Impulse geben kann, einfach mal über das Thema, was wir heute besprechen, nachzudenken. Und das vielleicht auch mal in Frage zu stellen. Mein Thema heute für euch ist das Thema Hoffnungsfalle, digitale Markenführung. Warum habe ich mich für dieses Thema entschieden? Ich treffe immer wieder in meinen Beratungen oder in meinen Strategieprozessen auf die Problematik, dass oftmals die Unternehmensführer, Unternehmenslenker oder auch Marketing- oder Vermarktungsverantwortliche nicht genau wissen, was macht denn eigentlich eine Werbeagentur und was macht denn eigentlich eine Markenagentur. Und ich möchte gleich vor und weg sagen, bitte meidet Full-Service-Agenturen. Das könnten auch Bauchladenagenturen heißen oder so können die sich auch nennen. Also Full-Service, wir machen alles, wir können alles, glaube ich nicht. Sorry, ist meine Meinung, jeder hat da vielleicht eine andere, ist vielleicht bequem, alles aus einer Hand zu bekommen. Aber ich stelle mir die zweite Frage und sage, was könnt denn ihr eigentlich ganz besonders gut? Und wir reden hier über Investitionen, über Investitionssicherheit, gerade in der Vermarktung. Also tut euch den Gefallen, schmeißt das Geld nicht raus und gibt es irgendjemanden, der irgendwas damit macht, sondern arbeitet mit Spezialisten, reduziert im Zweifel die Vermarktungsmaßnahmen oder reduziert euren Bedarf oder verteilt euren Bedarf auf eine längere Zeit, aber arbeitet im Gotteswillen mit Spezialisten. Das ist auf jeden Fall mal der erste Tipp. Also bitte keine Full-Service-Agenturen beauftragen, die euch alles versprechen, weil sie alles können. Niemand kann alles. Okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Werber und einem Markenentwickler? Der Werber ist aus meiner Sicht, also das vielleicht an dieser Stelle, ich berichte von meinen Erfahrungen, jeder hat da andere, aber wie ich das ausdifferenziere, das ist einfach auf Basis langjähriger Erfahrung entstanden. Und für mich ist ein Werber ein schlauer Kopf, der in der Lage ist, eine Werbebotschaft so brillant und so nachhaltig und so klar zu kommunizieren, ob jetzt visualisiert in einem Bild oder in einem Text, in einer Headline, sodass das in sehr, sehr kurzer Zeit verstanden wird von einem potenziellen Kunden oder von der Zielgruppe. Das ist für mich der Werber, um es mal so sehr reduziert, sehr konzentriert zu destillieren. Ein Markenentwickler, das sind Leute, die dir entsprechend einer Herleitung, also die entwickeln dir einen Brand oder die entwickeln dir auch eine Marke weiter, ist ja klar, und bauen dir einen roten Faden ein, sodass du wirklich in jeder Kommunikationsmaßnahme die Marke wiederfindest. Also in ihrer Identität, in ihrer Gestaltung, aber auch in ihren Markenwerten. Ich stelle mir die Konstruktion einer Marke immer wie so eine Zwiebel vor. Wenn du die Schale abmachst, kommt er an den Kern, das wäre der Markenkern mit den Werten, mit der Corporate Behaviour und den ganzen Corporate Identity Themen. Und dann kommt die Hülle drumherum und die äußere abschließende Hülle ist die Werbehülle. So kann man sich das vielleicht in etwa ein bisschen vorstellen. Das heißt, der Markenentwickler geht sehr tief rein in das Mindset der Unternehmensführer. Der will verstehen, wie arbeiten die, wie führen die ihre Marke, wie führen die ihre Mitarbeiter. Und darauf bauen die dann quasi ein Konstrukt. Jetzt wisst ihr, wo Markenkonstrukt auch herkommt. Es ist eine gewisse Komplexität. Also bauen ein Konstrukt auf diesen Kern auf. Und je mehr Energie ich in diesen Prozess reinpacke und je dichter ich am Unternehmen, an den Unternehmenslenkern, an den Mitarbeitern, an den Fachabteilungen operiere und entwickle, desto konkreter und nachhaltiger, wahrnehmbarer, emotionaler wird die Marke am Ende. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn das gebaut ist, das ist das Fundament, wenn das gebaut ist, dann kann ich über Vermarktung reden, dann kann ich über Marketing reden, dann kann ich über Werbung reden und so weiter. Also nur, um das mal so auszudifferenzieren. Ihr merkt also, wenn wir über eine Full-Service-Agentur sprechen, die sagen, wir machen dir ein Logo und wir machen dir eine Werbekampagne, dann muss man sich genau überlegen, reden wir hier über BBDO oder Gray, über riesige Netzwerke, die diese Spezialisten tatsächlich haben. Und hier mache ich die Einschränkung, die dürfen sagen Full-Service-Agentur. Aber wenn ihr eine kleinere Agentur habt, wo es eher unwahrscheinlich ist, dass hier zwei wirklich echte Vollprofis sitzen, die Marke und Marketing anbieten, also da würde ich dann einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist auch so ein sehr antiquierter Prozess und das ist im Grunde auch das, worauf ich hinaus möchte. Wie gestalte ich denn das jetzt mit, wenn ich Marketingleiter bin oder wenn ich ein Unternehmen führe, wie organisiere ich meine Vermarktung? Und hier kommt eine ganz einfache Beobachtung ins Spiel. Und zwar, ihr habt ja sicher schon festgestellt, dass Netzwerke wie Facebook und so weiter Menschen miteinander verbindet. Und das projiziert ihr einfach auf das Unternehmen, auf euer Unternehmen und überlegt euch, wie ihr mit euren Dienstleistern ein Netzwerk aufbaut. Und das ist das Spannende. Das heißt, in der Vergangenheit hatte jedes Unternehmen eine Werbeagentur. Das heißt, wer nicht wirbt, der stirbt. Meine Werbeagentur sorgt dafür, dass ich in allen erforderlichen Kommunikationskanälen die entsprechenden Maßnahmen entwickelt bekomme und dass ich dann dafür natürlich ein Budget zur Verfügung stelle und am Ende eine entsprechende Wahrnehmung im Markt habe. Das heißt, man hat sich früher gar keine Gedanken darüber gemacht, habe ich jetzt wirklich echte Spezialisten für die einzelnen Vermarktungskanäle in dieser Werbeagentur oder nicht. Und das hat sich bis heute teilweise überhaupt nicht geändert. Aber die Kommunikationskanäle im Markt haben sich natürlich enorm ausdifferenziert. Es sind viel mehr dazugekommen, ob das soziale Netzwerke sind oder Podcast-Format wie jetzt hier oder das Thema Film. Es sind ganz viele, ganz viele neue Kanäle dazugekommen. Das heißt, es ist jetzt, spätestens jetzt, an der Zeit, darüber nachzudenken, ob das Vermarktungskonstrukt in eurem Unternehmen noch der Zeit entsprechen. Und ihr wisst, digitale Magenführung, digitales Zeitalter oder Zeitalter der Digitalisierung stellt euch die Frage, stellt es in Frage. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dabei ist es wirklich egal, ob ihr eine One-Man-Show seid und das outsourced, also eine Werbeagentur natürlich von außen irgendwie euch bedient, oder ob ihr ein ganz großes Unternehmen seid. Ist völlig egal. Stellt das Agenturmodell eures Unternehmens in Frage. Und ich will euch einfach auch ein paar Tipps geben, was jetzt so Alternativen sein könnten. Baut euch also einen Agenturpool auf und schaut, dass in diesem Pool Online-Marketing-Spezialisten sind, Werber sind, also wirklich, also richtige Werbetexter, Werber, Werbeagenturen können das sein, können auch mehrere Agenturen sein, warum nicht. Natürlich, dass in diesem Pool auf jeden Fall ein Markenentwickler dabei ist, also der sich wirklich mit Marke beschäftigt, mit Marke auskennt. Techniker, ganz wichtig. In eurem Netzwerkpool, in eurem Agenturpool müssen unbedingt Techniker sein, die sich im Internet auskennen, also sprich eure Internetseite pflegen und die im Idealfall, das ist das Thema der nächsten fünf Jahre, mit Mobile auskennen. Eine Mobile-App. Jetzt nicht für jede Unternehmensgröße relevant, klar, kann man dann ausklammern, kann man dann später machen, wenn man gewachsen ist, aber ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema der Zukunft. Also das wären jetzt mal so die, wenn man so die vier wichtigsten Experten oder die vier wichtigsten Agenturen, die ich gerade genannt habe, mit dabei hat, ist alles easy, ist alles cool. Also das ist mal so die Basis, sage ich mal. Jetzt kann man natürlich auch mehrere Werbeagenturen drin haben, mehrere Markenentwickler drin haben. Und was ihr damit schafft, ist natürlich ein, ja wie soll ich sagen, ihr kreiert jedes Mal mit einem neuen Thema eine Challenge. Das heißt, ihr kriegt natürlich den höchsten kreativen Output. Wichtig ist, dass es fair ist, also Pitch-Honorare ist immer so ein Thema, dass ich ein Honorar auslobe und sage, hey, drei Werbeagenturen, ich hätte gern von euch drei Vorschläge, wie ich mein neues Produkt in den Markt kommuniziere oder Markt trage. Und dann würde ich natürlich auch einen, drei einen Pitch-Honorare geben. Das ist das Minimum für den Arbeitsaufwand, der dort entsteht. Und der Beste gewinnt. Ende. So, und das heißt, ihr habt den bestmöglichen kreativen Output. Und das ist natürlich ein ganz hoher Mehrwert für euch, weil ihr entscheiden könnt. Ihr habt nicht einen Dienstleister, der euch, ich nenne es mal im Handwerk, alle Gewerke anbietet, die ihr braucht, um das Haus zu bauen. Und ihr müsst dann, oder ihr habt keine Entscheidungsgewalt, sondern ihr müsst das nehmen, was dieser Dienstleister euch anbietet. Und das schränkt euch natürlich enorm ein. Ein, also Agenturpool habe ich gesagt, Spezialisten habe ich auch gesagt. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, ist, das Agenturmodell per se neu zu erfinden. Das heißt, mal darüber nachzudenken, ob es nicht ein Entwicklungshonorar gibt und eine leistungsbezogene Komponente. Gerade in der digitalen Markenführung könnt ihr sehr genau messen, inwieweit die Kampagne, die entwickelt wurde, erfolgreich ist. Ihr könnt sie sogar testen vorher. Bevor ihr große Investitionen tätigt, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, entwickelt nicht das ganz große Ding mit ewig vielen Präsentationen, tausenden von Maßnahmen, tausenden von Euro in verschiedensten Kanälen, sondern testet. Und das ist ein ganz wichtiger Take-away für euch. Testet es vorher. Das ist der Vorteil der digitalen Medien. Ihr könnt es vorher ausprobieren. Und wenn das funktioniert, dann könnt ihr in dieser Richtung weitermachen. Und auch das müssen eure Dienstleister leisten können und euch auch empfehlen können, Dinge zu entwickeln, Dinge zu testen, Dinge mit euch weiterzuentwickeln. Und diesen Erfolg kann man natürlich dann auch honorieren. Da gibt es verschiedene Honorarmodelle oder Agenturmodelle, die man entwerfen kann, sodass eure Dienstleister, eure Partner immer motiviert sind, für euch das Beste zu machen. Ihr habt es vielleicht schon mal erlebt. Am Anfang geben sich die Dienstleister immer super viel Mühe und alles ist wahnsinnig wichtig. Und sobald ihr anruft, springen die ans Telefon. Und wenn der Auftrag vergeben ist, dann flacht das so ein bisschen ab. Und über die Jahre wird das alles nochmal sehr viel gemütlicher. Große Gefahr. Es darf keine Gemütlichkeit aufkommen. Es müssen immer großartige Ideen dabei rauskommen. Und dieses Pensum oder diese Begeisterung oben zu halten, das ist eine echte Herausforderung für euch in der Führung eurer Marke. Aber lösbar. Lösbar mit Partnern, die hungrig sind, die begeistert sind und die auch belohnt werden für tolle Ideen, für proaktives Engagement. Wenn die euch überraschen mit einer Präsentation in irgendeinem Kino und euch was Neues vorstellen. Es ist ganz egal, ob die komplett daneben liegen. Honoriert es, weil das ist wirklich sehr selten. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also nochmal zusammengefasst. Unterscheidet Werbung von Marke. Unterscheidet Techniker von Online-Marketing-Spezialisten zum Beispiel. Oder Werbemittelhersteller oder Entwickler. Es gibt ja Werbeagenturen, die machen nur Werbemittel. Wenn die euch eine Internetseite anbieten, auflegen. Nicht annehmen. Vergessen. Die sollen Werbemittel machen. Da sind die richtig gut. Aber Internetauftritt machen die nicht. Nicht für euer Unternehmen. Das ist der Tipp. Also Full-Service-Agentur vermeiden. Bauchladen-Strategie vermeiden. Das alles nicht, sondern konzentrierte Experten suchen. Baut euch ein Netzwerk auf. Und vergleicht eure Vermarktungsausgaben. Wenn ihr ab morgen damit anfangt, nehmt die nächsten zwölf Monate und vergleicht es mit den vergangenen zwölf Monaten ab heute gerechnet. Und ihr werdet feststellen, ihr werdet enorm Geld sparen und ihr werdet viel, 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 viel erfolgreicher mit eurer Vermarktung sein, als ihr das bisher wart. Und das kann ich fast garantieren, weil wenn ihr einen Wettbewerb schafft in eurem Agenturpool, dann macht das den Leuten ja auch Spaß, weil ihr sie kreativ fordert und euch macht es auch Spaß, weil ihr kriegt zwei, drei coole Konzepte und könnt euch damit auseinandersetzen und müsst nicht von einem Partner das nehmen, was der gerade ausgespuckt hat. Also das wäre nochmal ein ganz großer Benefit. Ja, um nochmal auf den Titel zu kommen, Hoffnungsfalle digitale Markenführung. Das heißt, viele Unternehmen, viele Marketingverantwortliche oder Vermarktungsmanager setzen ihre Hoffnung in externe Partner, die ihr Problem nicht lösen können. Sie können es nicht lösen, aus den genannten Gründen. Und deswegen stellt euch die Frage, wie baue ich mein Partnernetzwerk auf? Netzwerk genauso wie bei Xing oder LinkedIn. Sucht euch wirklich coole Leute. Und einen ganz wichtigen Tipp möchte ich euch auf jeden Fall noch mitgeben, weil so ein Agenturpool ist ja ganz schön. Dafür muss ich allerdings auch wissen, was sind denn das für Know-how-Träger? Was sind denn das für Leute, die ich ansprechen muss? Wo finde ich diese Leute überhaupt? Jetzt sagt der Herr Glaser hier im Podcast, einfach mal raussuchen und bei LinkedIn anschreiben, aber ich habe ja gar keine Ahnung, was ich in die Sucheingabe eintragen muss. Deswegen ein Tipp noch für euch. Ihr braucht an eurer Seite einen unabhängigen Partner, einen unabhängigen Berater. Also wenn ihr nicht selbst das Know-how habt, was ja nicht tragisch ist. Niemand weiß alles und in der heutigen Zeit ist Vermarktung noch mal eine ganz andere Geschichte, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Sucht euch einen Partner, der unabhängig ist und in keiner der Agenturen arbeitet, die ihr in eurem Agenturpool habt. Ein Partner, der absolut souverän und loyal euch gegenüber ist, der sich auskennt und einen ganzheitlichen Blick auf euer Unternehmen, auf eure Marker hat, der euer Unternehmen auch kennt und der gemeinsam mit euch diese Agenturen findet und mit euch diesen Agenturpool aufbaut und vielleicht das ein oder andere Projekt initial begleitet. Also gerade am Anfang, wenn es um die Briefingphase geht oder so. Also da wäre der noch mal eine ganz wichtige Person an eurer Seite. Den würde ich immer empfehlen. Also ich persönlich finde es wichtig, wenn ich sage, ich bin ein Coach, dann hat der Coach auch einen Coach. Wenn ich sage, ich bin ein Marketingleiter und kenne mich aus, dann habe ich auch einen Coach. Also vier Augen sind immer mehr als zwei. Lasst euch inspirieren. Euer Daily Business macht euch blind. Wenn ihr tagtäglich in eurem Business unterwegs seid, braucht ihr den Blick von außen und der sollte unvoreingenommen sein und jetzt nicht erpicht darauf sein, ständig die ganzen Marketing-Etats abräumen zu wollen, sondern der soll auf eurer Seite sein und eure Interessen vertreten und euren Erfolg mitentwickeln wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Entweder ihr findet den in euren eigenen Reihen, in euren eigenen Netzwerken oder schaut doch einfach mal, welche Kampagnen. Das können jetzt, das können auch Wettbewerber sein. Also ich kenne viele Wettbewerber, die miteinander reden und sich austauschen, Erfahrungen austauschen. Es ist ja das Zeitalter, in dem Wissen und Erfahrungswerte geteilt werden. Das ist auch durchaus ein Wettbewerb so. Aber ihr könnt auch mal über den Tellerrand hinaus in andere Branchen reingucken und wenn euch da jemand auffällt, das kann ein anderer Marketingleiter sein oder vielleicht lest ihr von einem externen Berater, der euch gefällt, der smart ist, der irgendwie das mit euch, wo ihr euch vorstellen könnt, das könntet ihr beide rocken, sprecht ihn an. Sprecht ihn an und fragt ihn, ob er Interesse hatte, ob er Zeit hat, euch zu helfen, so einen Partnerpool aufzubauen, damit ihr in die Lage versetzt werdet, die Marke zu führen. Das ist das Ziel. Die Marke zu führen mit einem Partner an eurer Seite, der euch unvoreingenommen zur Seite steht und das Ganze mit euch macht. Damit sind wir schon am Ende dieser Solo-Show und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Mehrwerte oder einfach Gedanken mit auf den Weg geben, die euch vielleicht veranlassen, über eure Agentur-Situationen noch einmal nachzudenken. Seid ihr wirklich happy? Seid ihr wirklich mit kreativen, oder werdet ihr mit kreativen Konzepten überschüttet? Seid ihr begeistert, wenn euch eure, ich nenne es mal Agentur anruft? Agentur kann auch eine Programmierbude sein, völlig egal. Es kann auch eine One-Man-One-Woman-Show sein, völlig egal. Also begeistern euch diese Leute. Ist der Wettbewerb da? Bei langjährigen Zusammenarbeiten ist immer noch die Motivation gegeben. Also ich würde mich total freuen, von euch zu lesen. Schreibt mir eine E-Mail über die markenkonstrukt.de-Website oder ich freue mich über eure Kommentare und Bewertungen bei iTunes. Schreibt da rein, ob euch das gefällt, ob ihr mehr davon haben wollt, ob ihr mehr Infos dazu braucht. Ich besorge euch das. Ich packe euch auch noch ein paar interessante Links in die Shownotes dieser Solo-Show-Folge, sodass ihr rundum versorgt, und happy seid. Schreibt mir. Ich bin gespannt und lese eure Kommentare. Vielleicht habt ihr noch ein Thema, auf dem wir vielleicht zusammen noch ein bisschen weiter expandieren. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, einfach ein paar mehr Solo-Show-Folgen für euch zu produzieren, damit ihr einfach in kürzeren Frequenzen, in kürzeren Abständen einfach auch mehr Vorteile habt davon. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Bei mir ist es hier abends. Warum? Weil die Vögel dann nicht singen und ihr die nicht auf dem Podcast habt. Es ist Sommer 2016. Ich finde es total großartig, dass ihr mit dabei seid und ihr seid die Motivation für mich. und jetzt höre ich auf, sonst verquatsche ich mich noch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Bis bald. 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 Bis bald.